Ali hat noch die gesuchtet, ey. Es fehlen nur noch die zwei dringenden Quests und dann steht da die sieben. Heftig. Und dann noch die sieben brechen. Dann gucken wir, welchen Jäger rein da ist. Wahrscheinlich recht hoch, dadurch, dass du schon so viele Quests gemacht hast, ne? Naja, kommt drauf an. Du machst ja immer alle. Wie wird das dann eigentlich gerechnet? Weil, wie gesagt, ich hab ja schon welche gesehen, die sind Stufe über 100. Upsi, Entschuldigung, ich hab zwei genommen. Alles easy. Auf Reflex, Entschuldigung. Nein, nö, das ist, du kriegst pro Quest halt immer Punkte. Und das hängt halt von der Quest an. Ach, so läuft das dann. Also ein Punktesystem dann, wie Hochleveln halt einfach. Ja, genau. Das sind eigentlich nichts anderes wie Levelstufen auf die. Okay, ich hab schon gedacht, dass das dann so ist wie jetzt aktuell, dass du für jede Stufe halt immer Quests oder so machen musst. Und da hab ich mir schon gedacht, sag mal, andere haben kein Privatleben mehr, oder was? Innerhalb von einem Tag Stufe 100 oder so halt. Nee, nee, also es kann sein, das ist zum Beispiel bei mir war das so in Gen Ultimate, war das so, es gibt, glaub ich, da bis Stufe 15 und wenn du 15 schaffst, dann brichst du auch das. Und dann war ich auch instant über 100, weil ich so viele Quests im Vorfeld gemacht hab. Kann sein, wenn du jetzt schon so viele Quests gemacht hast, dass du auch vielleicht über 50 bist und so. Oder sogar noch mehr. Und Fahli, schön gelaufen. Na, mal schauen. Hallo, Fahli. Da bin ich dann aber mal gespannt. Ja, das stimmt. Also, das ist auf jeden Fall interessant, weil ich auch gar nicht weiß, wie krass der, ähm, hier der Aufschwung ist. Bekommt man da auch Punkte für, äh, gescheiterte Quests? Nee, aber... So Großpunkte? Äh, nee, ähm, abgezogen, in der Tat. Hm, du kriegst sogar in der Tat Minuspunkte. Oh, toll, der flieht. Aber du kannst, glaub ich, keinen Jäger reinwerfen. Wie geht's dir, Fahli, wie war dein Tag? Ja, ich seh schon, er kommt in der Fünf. Hm. Habt ihr auch genug Gegengiften? Ja, immer doch. Hä, hab ich keine... Oh, shit, jemand hat mir... Also, ich wollt, glaub ich, das weg mitnehmen, was... ...jemand anderes mitnehmen wollte. Egal. Ich muss mich nicht heilen. Ich bin unbesiegbar. Glaubst du das wirklich? Ja, sieh. Warum bleibt der nicht? Oh, komm schon. Geht hier gut los. Mhm. Geht da, ey. Boah, das ging ja mega schlau. Hallo, rein, ist das andere. Ja, ja. Aber die sehen sich voll ähnlich, ne? Ja, ein bisschen. Boah, der liegt. Schön, dass wir auch da. Ey, den müssen wir uns aber nicht fangen, ne? Also, den... Ne, 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 den, den faul. Nehm ich mal den Kram mit. Okay. Look out! Be careful! Be careful! Be careful! wenn man dann auch bedenken da kommt nicht anstrengend er fand dann auch der weg zur arbeit überhaupt ist eigentlich den ganzen tag mit arbeit beschäftigt ich hatte ja ursprünglich ich hatte ja den notag 12 bis 20 dann hätte ich eigentlich 10 bis 20 gab da haben sie mich auf 9 bis 13 geschoben und dann den mittwoch war wieder 12 20 plus hat jeweils eine stunde hin und zurück also in drei tagen ist das nicht viel passiert obwohl sowas für dich voll doof was ja ich nicht außer aufstehen arbeiten aber so ist es halt aber noch nicht in dem neuen das ja schon ja aber ja aber weil ich dann halt weniger stunden habe ich dann nicht mehr vollzeit aber vollzeit mein freund geht es ja fast genauso also der arbeitet vierze stunden die wir für den ist es genauso hat zwar nur eine schicht aber kommt halt trotzdem geht halt morgens um was viertel vor sieben aus dem haus und kommt halt abends um halb sechs sechs ist wieder ja sagt ihr und unsere tiere kämpfen in der tat sogar bei sich manchmal sogar nicht das ist ein brav hündchen ich muss kurz waffe schärfen ich kann ja ich wollte eigentlich auch waffe schärfen wo ist mein hund gefressen hund gefressen hat junger hoher nein ich esse nur katzen vergiftet ja aber echt schuld der welche kund gegessen in frank kam meine katze aber wurde ich noch nicht vergiftet ja jetzt geht es mir wieder besser nach mir taxi a Hast du dir jetzt mittlerweile deinen lustigen Luftgang gefrein gefragt, Harlin? Du hattest ja mal gesprochen. Nee, weil, ja, aber ich finde, die andere Wechselkraft besser, wo man schneller ist. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was die andere ist. Ja, die andere ist, dass du dich gerade im Dämonenmodus schneller bewegen kannst. Ah. Das ist mir dann deutlich lieber. Ja, klar. Ja, klar. Das verstehe ich schon. Das stimmt, das ist ja auch eine Gronerzeit ein bisschen. Ja. Mal gucken, da ist ja jetzt dann auf der Stufe 6, wo man noch die andere Wechselkunst für die Doppelklingen bekommen kann. Mhm. Die Quest muss ich noch machen, mal gucken, was das ist. Was interessant ist oder eher nicht. Wie viele Folge hast du eigentlich mittlerweile? Weißt du das? Also, er zählt habe ich sie nicht, aber ich glaube 34%, glaube ich. Ui. Ja gut, ich glaube, vielleicht. Also, ich habe jetzt bei den heiligen Ruinen zum Beispiel schon mal alle Relikte gesammelt. Hast du im Internet geschaut oder hast du das? Unterschiedlich, also bei so zwei, drei, die ich dann am Ende echt nicht gefunden habe, habe ich dann geguckt, weil es mich auch irgendwann mega hart genervt hat. Boah, das verstehe ich. Also, manche sind auch echt übelst versteckt, also, das muss man schon sagen. Aber da, wie gesagt, bei bisher nur bei heiligen Ruinen und dann, ich hatte nochmal, mir fehlen noch ein paar Helferwesen zu fotografieren. Also, so Kleinigkeiten auch, da muss ich auch machen und dann, woche oder morgen, wenn man es irgendwie schlusstappt. Aber das geht ja eh, glaube ich, das sind, glaube ich, so Dinge, damit beschäftige ich mich, glaube ich, jetzt in Aachen im Postgame. Aber schon von acht Stunden zwölf haben, wie, was, was. Eine Arbeitszeit von acht Stunden, ob das klingt normal. So, Vollzeitbasis, ja. Ich bin mal gespannt, ich habe ja dann, morgen habe ich ja eigentlich dann zwei Tage frei. Morgen. Äh, morgen sage ich nächste Woche. Wollte du halt sagen, was ist Sonntag? Morgen ist Sonntag, ja. Nee, nächste Woche hätte ich zum Beispiel Montag, Donnerstag frei. Aber halt mal sehen, weil dann kann es natürlich auch immer mal sein, wenn einer halt krank ausfällt, dass man auch am Tag dann angerufen wird, ob man noch einspringen kann. Ja, sowas ist dann halt häufiger, aber mal schauen. Ja, wohl, ich kenne ja die Filiale nicht. Ich weiß ja nicht, wie das da dann so abläuft, also. Okay. Mal schauen. Wann war, wann war, wann war, hast du das geschrieben, ne? Ich habe es im Mod-Chat, glaube ich, gesehen. Ja, ich habe geschrieben, dass ich am Mittwoch und Samstag habe ich Spätschicht. Aha, okay, okay. Nee, ich hatte jetzt schon auf Kofff 2. Da habe ich die Spätschicht, genau. Also, das nächste Woche kann ich gar nicht mitmachen. Deswegen habe ich gesagt, man schmelt ja noch mal mit. Er muss ja auch. Ich muss nicht. Okay, einfach. Immer diese Knebel-Fettregel hier. Ja, weil, weil Samstag, ich wollte ja immer noch auf mein Gehalt, ne? Wir haben den ersten und das Gehalt ist nicht da. Echt ja, furchtbar. Immer diese unzuverlässigen Gehaltsübergaben. Ja. Schlimm mit mir. Sie fährt wirklich sofort an deinen Arbeitgeber-Bett. Das ist beschwerend. Ich muss Haribo mal aufsagen. Er sagte ja neulich auch was für seinen Gehalt. Heißt ja, Marco, danke für den Dirk. In seinem Mittwoch hast du frei. Ich nicht. Traurig. Vögelchen. Gib mir Patsch. Hast du denn Erfolg schon fürs Grillen? Ja. Echt? Hast du dich da echt mal hingesetzt und einfach 30 Fleisch wie Grillen? Ja, und hab. Und hab. Genau, hab ich. Oh Mann, das muss ich auch mal machen. Also das ist der einfachste Erfolg überhaupt, ey. Ich hab auch nur eins verbrannt. Ja, wenn ihr denkt, macht man das eh nebenbei? Nee, ne? Ah, ist schon fangen wir an. Wollen wir es fangen? Nö. Achso, ich würde es jetzt brauchen, wer Materialien hat, sonst fangen. Also mir ist es egal. Dann fange ich es. Ich mag fangen lieber. Gut. Es geht schneller. Komm her. Komm her, Karl. Nice, Damo. Äh. Äh. Ja, wir sind samstag, sonntags frei. Ja, das stimmt schon. So, jetzt höre ich euch wieder. Ich hab gerade noch was abgehacktes abgehört. Achso. Ich weiß nicht, was du nach dem gebratenen Steak-Erfolg noch gesagt hast. Was da kam, hab ich nicht verstanden. Ja, ich wollte das Monster fangen. Ja, das hab ich gesehen, weil du die Falle gestellt hast. Das hab ich dann noch nicht gekriegt. Okay, huh. Glück ab. Oh, was ist das denn, bro? Oh, was ist das denn, bro?